Wir sind an der Börse aktiv, das heißt wir wollen auch Gewinne machen und wie genau wir unsere Gewinne sogar noch vergrößern können, das will ich dir in diesem Video zeigen. Bleib auf jeden Fall dran, es gibt einige Geheimtipps aus der Praxis. Zunächst einmal will ich ganz kurz einen kleinen Leitspruch, ein kleines Trading Mantra hier in den Raum schmeißen. Und zwar halte die Verlierer klein und mach die Gewinner groß. Und vor allem den Punkt, mach die Gewinner groß, das können wir auf zweierlei Hinsicht verstehen. Punkt Nummer 1 ist natürlich, wenn wir eine Position haben, die im Gewinn ist, dann heißt es, sie einfach bloß sehr lange laufen zu lassen. Okay gut, darüber habe ich schon einige Videos gemacht, wie und warum wir das machen sollten. Aber ein zweiter Punkt ist vor allem, wie können wir auch die Gewinne groß machen? Naja, indem wir die Gewinnpositionen sogar noch weiter ausbauen. Jetzt stellt sich natürlich direkt die Frage, warum sollten wir denn eigentlich unsere Gewinne ausbauen? Warum sollten wir unsere Gewinne groß machen? Das ist relativ simpel zu erklären. Stellen wir uns einmal vor, wir haben ein Trading System, wobei wir exakt 50% aller Trades richtig haben. Würden wir jetzt anfangen, dass immer unser durchschnittlicher Verlust exakt gleich groß ist wie der durchschnittliche Gewinn. Das bedeutet, wir machen vielleicht bei 10 Trades, machen wir 5 mal 10 Euro Gewinn, aber auch 5 mal 10 Euro Verlust. Am Ende würden wir Plus, Minus, Null da stehen. Ist jetzt nicht so geil für den ganzen Aufwand, den wir dafür haben, die 10 Trades zu machen. Was allerdings viel geiler wäre, ist ja wenn beispielsweise unser durchschnittlicher Gewinn wäre vielleicht 20 Euro pro Trade, wohingegen unser durchschnittlicher Verlust bloß noch 10 Euro pro Trade weiterhin ist. Wenn ich jetzt wieder 5 Gewinn-Trades und 5 Verlust-Trades habe, naja, dann bin ich am Ende trotzdem im Plus, weil ja quasi mein Gewinner größer ist als mein Verlierer. Und das scheint erstmal sehr offensichtlich zu klingen, aber in der Praxis ist das wirklich sehr schwer umzusetzen. Aber es ist wirklich wichtig, dass wir das umsetzen, weil einfach bloß indem wir höhere Gewinner als Verluste haben, haben wir einen klar statistischen Vorteil, um einfach bloß ein profitables Handelssystem zu haben. Und das ist ja genau das, was wir vor allem haben wollen. Entsprechend, lasst uns mal ganz genau angucken, wie wir die Gewinner groß machen, indem wir unsere Trades ausbauen. Lass uns mal folgendes Gedankenbeispiel machen, um zu verstehen, wie wir zunächst einmal so einen Trade ausbauen können über einen simplen Weg, indem wir quasi einfach bloß die normale Positionskurs, die wir haben, noch weiter ausbauen. Ein typisches Beispiel wäre, wir haben jetzt hier einen kleinen ersten Aufwärtstrend, den wir haben. Und an diesem Punkt gehe ich jetzt hier long rein, setze den Stop-Loss hier unten hin, wo quasi rot ist und den eigentlich geplanten Profit da, wo jetzt gerade eben grün ist. Jetzt kann eigentlich bloß zwei Sachen passieren. Erstens, der Trade läuft direkt gegen uns. Okay, gut, habe ich einen Stop-Loss gefangen, gehört dazu. Oder aber zweitens, der Trade läuft tatsächlich jetzt hier ins Plus zunächst einmal für uns. Jetzt ist quasi einer der Fälle, wo der Markt uns wirklich Recht gibt und da sollten wir jetzt mutig sein und die Position ausbauen. Wie können wir das machen? Naja, wir warten einfach bloß auf ein Folgesignal. Das heißt, ich tue jetzt gedanklich überlegen, wenn ich jetzt noch keine Position offen hätte, wo würde ich meinen Long-Einstieg suchen? Sprich einfach, wenn ich eine Neubestätigung dafür habe, dass meine Trade-Richtung, sprich steigende oder fallende Kurse, in diesem Fall halt steigende Kurse, dass diese richtig ist, dann kann ich die Position ausbauen. Und wir wissen ja, na gut, ich würde dem Aufwärtstrend jetzt gerade eben nicht halt genau an dem Hoch in der Harspring, sondern aber vielmehr, wenn wir wieder einen kleinen Rücksetzer vielleicht haben und bei dem Rücksetzer bilden wir hier eine schöne Hammerkerze. Sieht doch so aus, als könnten wir von hier aus dem Trend weiter folgen. Das heißt, es macht Sinn quasi jetzt hier beispielsweise die Position auszubauen. Hat einen großen Vorteil. Die Position ist schon im Grünen, das heißt, der Markt gibt mir Recht. Entsprechend kann ich die jetzt auch wirklich gut ausquetschen. Ein Nachteil natürlich, ich bin zwar im Plus, aber ich tue jetzt gerade eben meine Position wie verdoppeln, kann man sagen. Das heißt, falls das Ding am Ende doch nicht wirklich bis jetzt hier gleich hoch durchschießt, sondern vielleicht doch jetzt hier eine Korrektur ankommt, habe ich natürlich auch ein größeres Risiko. Was ich in der Praxis ganz gerne mache, ist, wenn ich die Position so ausbaue, so wirklich aggressiv ausbaue mit, ich habe hier eine volle Positionsgröße und hier nochmal eine volle Positionsgröße. Beispielsweise, ich tue irgendwie hier einmal, insgesamt ist meine volle Positionsgröße 20 Allianz-Aktien, die ich kaufe. Da kaufe ich auch wirklich hier 20 Stück und hier tue ich nochmal 20 nachlegen. Dann tue ich ganz gerne den Stop-Loss von der Position 1, als auch den Stop-Loss von Position 2 natürlich einen ganzen Ticken enger ranziehen. Weil sonst habe ich wirklich verdammt großes Risiko, was vielleicht jetzt nicht ganz so geil ist. Aber über quasi einen Ticken engere Stops kann man das ganz gut managen. Je nachdem auch, wie die Situation ist, schafft man es vielleicht auch manchmal sogar, die Stop-Loss jetzt hier direkt so in die Mitte zu vermitteln. Das heißt, im Worst Case hat man jetzt wirklich quasi, sag ich mal, einen risikofreien Trade mit doppelter Size, weil macht der Kurs jetzt doch nach unten weg, naja, dann macht halt die zweite ausgebaute Position etwas Verlust. Aber die erste Position hat etwas Gewinn, gleicht sich aus, man ist am Ende plus minus 0, auch wenn es hier gerade im Schema nicht genauso aussieht. Aber das sind da so die Vorgehen, wie ich da in der Praxis das handhaben werde. Noch eine wichtige Sache, weil es mir gerade ein fällt bezüglich Trading Strategien. Ich habe nochmal einige Mails bekommen, dass Leute gern das Trade Lab, wo ich ja mehrere profitable Handelsstrategien veröffentlicht habe, dass sie das gerne nochmal kaufen würden, aber halt die Rabattaktion, die ich die letzten zwei Wochen habe, ist vorbei. Ich habe jetzt gesagt, okay gut, ich mache eine Ausnahme bis morgen, also zum Sonntag werde ich das nochmal aufmachen, dass du halt bis morgen Abend nochmal die Chance hast, 50% Rabatt zu bekommen. Ich habe dir dafür den Link ganz oben in der Videobeschreibung reingesetzt. Das ist jetzt auch erstmal die letzte Rabattaktion. Das Trade Lab hat mich sechs Wochen meines Lebens gekostet. Das ist mir einfach mehr wert, als dass ich das dauernd mit Rabatt raushaue. Guck dir das also gern noch einmal an. Ich habe auch letzte Woche ein Video dazu gemacht. Wenn es dir gefällt, schlage jetzt nochmal zu. Wenn es dir nicht gefällt, dann lässt es bleiben. Okay und jetzt ab zur nächsten Strategie. Strategie 1 hat wirklich ein großes Problem. Wenn wir zuzeitig ausbauen, obwohl unsere Position oder unsere Trade-Richtung bestätigt wird, haben wir kurze Zeit echt großes Risiko. Lass uns also Strikei 2 angucken. Und zwar reden wir jetzt hier einmal über Scaling In. Und dazu habe ich mal so ein bisschen andere Chart-Situationen versucht zu skizzieren. Stell uns mal folgendes vor. Wir haben auch wieder hier einen schönen Aufwärtstrend. Und bei einem Rücksetzer wollen wir ganz gerne in eine Long-Position reingehen. Wir wissen auf jeden Fall, egal was ist, hier oben, warum auch immer, ist es auf jeden Fall unser Take-Profit. Und hier unten ist auf jeden Fall unser Stop-Loss. Aber jetzt passiert folgendes. Wir laufen hier runter und ich bin mir nicht ganz sicher, naja, sollte ich an der Unterstützungszone hier kaufen oder sollte ich vielleicht an der Unterstützungszone kaufen? Beide Zonen, sage ich mal, machen wirklich viel Sinn und sehen auch erstmal ganz gut aus. Die Unterstützung hier oben haben wir vielleicht auch gerade eben hier schon einmal verteidigt. Das ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt direkt mit einer vollen Positionsgröße eingehe, beispielsweise, ich handel die Allianz-Aktie, wo soll ich direkt mit einmal als ganzes Paket die 20 Aktien kaufen? Könnte ich natürlich sagen, okay, hier direkt einmal 20 Aktien kaufen oder aber halt hier mit einmal die 20 Aktien kaufen. Naja, jedes hat so seinen Vor- und Nachteil. Wenn der Kurs wirklich bloß hier oben kurz drauf dippt und ich kaufe jetzt hier die 20 Aktien, dann stehe ich natürlich richtig gut da, habe einen schönen Stop-Loss, schönen Take-Profit, schönen Einstieg. Geile Sache. Allerdings natürlich, was passieren könnte ist, ich kaufe vielleicht hier oben und aber der Kurs, der läuft zwischendrin nochmal ein bisschen ganz runter. Jetzt wollte ich mich natürlich ein bisschen ärgern, weil ich hätte ja vielleicht auch den tieferen Kurs hier bekommen können. Andererseits würde ich nicht hier unten kaufen wollen und allerdings der Kurs dreht wirklich hier und ich habe aber hier unten meine Position, die ich kaufen wollte. Da komme ich vielleicht nicht mehr in den Markt rein und gucke dann bloß noch zu, wie der Markt wegläuft. Das heißt, so alles hat seine Vor- und Nachteile. Was können wir aber machen, um quasi dieses Problem zu lösen? Wie können wir quasi guten Kompromiss eingehen? Eine Idee zu sagen, okay, ich tue hier oben einmal 20 Aktien kaufen und wenn es ein bisschen gegen mich läuft, tue ich nochmal hier unten 20 Aktien kaufen. Davon halte ich jetzt denn nichts. Warum nicht? Gerade eben haben wir doch auch zwei Sizes ausgebaut. Na ja, gerade eben im ersten Schema war unsere Position aber halt auch schon hier ein Plus gewesen. Das heißt, der Markt hat uns ja recht gegeben. Da konnte ich auch wirklich diese zweite volle Positionsgröße ausbauen. Aber in diesem Fall jetzt hier würde ich das so machen, würde ich ja meine Position im Verlust verdoppeln. Das heißt, der Markt sagt mir eigentlich kurzfristig, naja, deine Idee ist noch nicht die allergeilste, weil du bist ja gerade ein bisschen im Minus und trotzdem willst du ausbauen. Das ist ja irgendwie blöd oder nicht letztendlich. Das heißt, im Verlust volle Sizes auszubauen, nie im Leben. Das macht keinen Sinn. Das macht man vielleicht am Anfang als Trade-Anfänger, aber das wollen wir nicht machen. Das ist kein gutes Trading. Was wir aber für einen Kompromiss machen können, auf jeden Fall wäre zu sagen, okay, anstatt dass ich jetzt hier 2x20 Aktien kaufe, tue ich meine Position halbieren und tue vielleicht hier oben mal 10 Aktien antesten und hier unten auch nochmal 10 Aktien antesten. Auch wenn ich jetzt hier ein bisschen im Verlust bin. Warum kann ich das aber machen? Weil ich jetzt hier natürlich ein gutes Risikomanagement einfach bloß habe in Form von, ich bin zwar minimal im Minus, aber erstens, ich habe keine ganze Positionsgröße, das heißt, ich bin nicht wirklich extrem dolle im Minus, sondern bloß minimal, ein bisschen Verlust, da habe ich bloß erstmal aufgebaut. Aber andererseits muss ich sagen, na gut, mein geplanter Stablos ist ja sowieso hier unten. Solange der noch nicht gerissen ist, ist ja eigentlich alles cool. Aber jetzt auch hier wichtig, muss ich ganz klar sagen, großer Tipp, in der Praxis tue ich das Scaling-In sehr, sehr oft anwenden. Du wirst es vielleicht auch öfters bei mir im Live-Trading-Stream sehen, dass ich Scaling-In mache. Wichtig hierbei ist, wie gesagt, erstens, ich tue nicht volle Positionsgrößen noch weiter ausbauen, wie bei unserer ersten Idee, sondern ich tue die volle Positionsgröße aufsplitten in kleinere Teile und aber auch, ich tue die Position wirklich bloß dann hier unten ausbauen, wenn wir auch hier wirklich ein Kaufsignal haben. Heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt hier, quasi wir laufen erstmal so einen Ticken runter, ich tue jetzt hier wirklich auf diesem Level 10 Aktien erstmal antesten, wenn ich hier ein bisschen Kaufkraft sehe, okay gut, kann ich gerne machen. Wenn jetzt danach 3, 4 extrem starke Kerzen bis hier runter laufen, na hey, da tue ich nicht ausbauen. Da sage ich, okay, da soll halt der Markt mit der kleinen Position ausdoppen. Ich habe einen Mini-Verlust gemacht, total egal, nächsten Trades suchen wieder und fertig. Aber wenn ich jetzt wirklich hier reingekommen bin mit erstmal 10 Aktien, jetzt laufen wir hier runter und hier finde ich ein weiteres Indiz von Kaufkraft, vielleicht jetzt hier wieder so eine schöne Hammerkerze, na dann kann ich sagen, okay gut, im Allgemeinen mein Plan ist ja noch intakt, aber ich kann jetzt wirklich sinnvoll noch ein bisschen die Position ausbauen, weil der Markt mir hier das nächste Indiz für Kaufkraft gibt.